Das ist ganz klebrig, dass der Ball gut hält und dass er nicht abrutscht, weil wenn der Ball zu groß ist, dann kann es meistens, dann passiert das meistens. Es ist klebrig und es wird oft an den Bällen benutzt. Jetzt bist du dran, Leon. Manchmal rutscht man auch ab, wenn man so schmittige Hände hat, dann ist es nämlich so schwierig, wenn man eine Turtel wirft und werft man manchmal daneben. Was sagst du mehr? Ich weiß nicht mehr, ich auch nicht. Wenn man einfach mehr hat, wissen wir nicht. Mehr wissen wir nicht. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr.